HTTP-Nachrichten im Detail Das HTTP-Protokoll oder die HTTP-Nachrichten haben generell ein einfaches Format. Im Grunde bestehen sie aus einem Header und einem Body. Zusätzlich zu diesem Header und Body gibt es auch noch die sogenannte Request- oder Status-Line, je nachdem, ob es sich um einen Request oder Response handelt. Das heißt, der erste Teil einer HTTP-Nachricht ist immer diese spezielle Request- oder Status-Line. Dann kommt der Header, die sind Schlüsselwertbare. Die sind generell so angelegt, dass sie erweiterbar sind. Das heißt, spezifisch zu neuen Herausforderungen in der Web-Entwicklung können neue Header hinzukommen. Zum Beispiel, wenn ein neues Authentifizierungsverfahren oder Ähnliches sich etabliert. Diese Header kann man unterscheiden in generelle Header. Zum Beispiel das Datum. Dann gibt es spezielle Header, die nur für Request oder Response relevant sind. Zum Beispiel gibt es den Accept-Language-Request-Header, der angibt, welche Sprache der Client bevorzugt. Und letztlich gibt es dann noch sogenannte Entity-Header. Diese Header haben den Zweck, den Inhalt, der quasi im Body übertragen wird, genauer zu spezifizieren. Da gibt es einerseits die Content-Länge, wie viele Bytes quasi übertragen werden. Den Content-Typ handelt es sich hier um ein Bild oder eine Text-Datei oder Ähnliches. Und letztlich gibt es dann noch den Body, der den tatsächlichen Payload enthält, der eben vom Client zum Server oder vom Server zum Client übertragen wird. Je nachdem, welche Methode, das sprechen wir später noch, was Methoden sind, verwendet wird, ist dieser Body optional. Schauen wir uns nun den HTTP-Request im Detail an. Wie schon gesagt, die erste Zeile eines HTTP-Requests ist die sogenannte Request-Line. Diese besteht aus drei Bestandteilen. Das ist der erste Teil, ist eben die sogenannte Methode, in diesem Fall Get. Dann kommt der Pfad, das heißt der Pfad in der URI, der vom Server angefragt wird. Hier ein Root, ein Slash quasi. Und dann die HTTP-Version, in diesem Fall 1.1. Das ist quasi die gesamte Request-Line. Im nächsten Abschnitt findet man die Header. Das sind eben diese Schlüssel-Wert-Paare, wo es eben den Schlüssel, hier als Beispiel Host, dann ein Doppelpunkt und danach der Wert. Der Host in dem Fall wäre eben die URI oder die Authority-Teil der URI, der hier angefragt wird. Es kann natürlich auch einen HTTP-Body geben. In dem Fall handelt es sich um einen Get-Request. In diesem Fall ist der Body nicht vorhanden, weil er keine Informationen an den Server übertragen werden. Der HTTP-Response sieht grundsätzlich sehr ähnlich aus wie der HTTP-Request. Die erste Zeile eben ist die sogenannte Status-Zeile. Diese gibt an, quasi wie erfolgreich dieser Request am Server ausgeführt wurde. Erster Teil ist immer die Version, die Protokoll-Version. Hier in dem Fall HTTP 1.1. Danach kommt der sogenannte Status-Code. In dem Fall 200 bedeutet, die Ausführung des Requests war erfolgreich. Und dann gibt es noch den sogenannten Statust-Text, der eben zum Status-Code eine kurze Mitteilung in natürlicher Sprache gibt. In dem Fall OK bedeutet einfach, der Request wurde erfolgreich ausgeführt. Danach kommen, wie beim Request, auch im Response die HTTP-Header, sind diese klassischen Schlüssel wertbare, um Metadaten zu übertragen. Und letztlich gibt es den Body. Hier wird quasi ein Body angeführt. Und in dem Fall handelt es sich um HTML-Dokument, das eben den tatsächlichen Payload darstellt, der vom Server zum Client übertragen wurde. Eine Website generell besteht aus sehr vielen Ressourcen. Das heißt, wenn eine Website angefordert wird von einem Server, müssen eine Vielzahl von HTTP-Requests an den Server gesendet werden, um jede einzelne Ressource vom Server abzufragen. Wenn man sich dieses Bild hier ansieht, sieht man, das sieht so ähnlich aus wie ein Wasserfall. Und so wird dies auch ausgeführt. Die Webseite der FH besteht also als 65 Ressourcen, die eben separat in einzelnen HTTP-Requests angefragt werden und vom Server beantwortet werden müssen, damit die gesamte Website geladen wird. Wichtig zu sehen ist, die erste Ressource hier oben, das HTML-Dokument, ist quasi die erste Ressource, die vom Server angefragt wird. In diesem HTML-Dokument befinden sich erst weitere Links, die der Browser quasi, wenn er das HTML-Dokument parsed, herausfindet oder herausfiltert und dann die Folge-Requests an den Server erzeugt. Schauen wir uns nun einen typischen Ablauf zum Laden einer Webseite an, wie er in HTTP-Version 1.1 stattfindet. Das heißt, die Benutzerin gibt eine URL in die Adressleiste des Webbrowsers ein und bestätigt diese. Dies erzeugt grundsätzlich im Webbrowser den Vorgang, dass der DNS-Eintrag zur Domain oder Authority abgefragt wird. Diese kann sich bereits im Cache befinden. Ansonsten muss eben eine DNS-Query an einen DNS-Server abgefeuert werden. Als Antwort bekommt man eben die IP-Adresse. Nur über die IP-Adresse kann man eben einen HTTP-Request dann letztlich an den Server senden. Nachdem diese IP-Adresse vorhanden ist, baut der Web-Server oder Webbrowser eine TCP-Verbindung zum Web-Server auf. Und handelt es sich hier um HTTPS, wird eben SSL verwendet, ansonsten der Bot 80 im Plain-Text. Wenn der Browser diese TCP-Verbindung aufgebaut hat, wird ein HTTP-Request, der quasi die eingegebene URL in die Adressleiste repräsentiert, abgesendet an den Server. Als klassischer Get-Request. Der Web-Server erzeugt einen HTTP-Response, erzeugt quasi ein HTML-Dokument am Server und sendet es an den Webbrowser. Der Webbrowser pars dieses HTML-Dokument und alle Ressourcen, die sich in diesem HTML-Dokument befinden, wie referenzierte CSS-Dateien, Bilder, JavaScript oder ähnliches, werden dann vom Browser in eine sogenannte Warteschlange gelegt und weitere TCP-Verbindungen werden zum Server aufgebaut, maximal ungefähr sechs parallele TCP-Verbindungen, mehr würde der Server nämlich ablehnen vom gleichen Client und über diese sechs parallelen TCP-Verbindungen werden sequentiell HTTP-Requests gesendet und vom Server diese über HTTP-Responses beantwortet und so baut sich diese Warteschlange quasi an allen Ressourcen, die für die Darstellung dieser Webseite nötig sind, in möglichst kurzer Zeit auf und so kann man quasi eine Webseite auch mit vielen Ressourcen möglichst schnell laden. Fassen wir zusammen, der HTTP-Request besteht strukturell aus einer Requestline, diese eine Zeile, dann aus Schlüsselwertpaaren, die den HTTP-Header repräsentieren und kann optional je nach Methode einen Body enthalten. Der HTTP-Response besteht ebenfalls aus einer speziellen Zeile, der sogenannten Statuszeile, dann wieder Request von einem Schlüsselwertpaar-Segment dem HTTP-Header und letztlich auch einem HTTP-Body, der den Payload an den Client überträgt. Wie schon gesagt, der HTTP-Header besteht eben aus diesem erweiterbaren Schlüsselwertpaaren. Das ist auch der Mechanismus, der es ermöglicht, dass HTTP erweiterbar ist. Und wenn eine Webseite geladen wird, reicht es nicht nur einen HTTP-Request und Response auszutauschen, sondern es braucht eine Vielzahl von Requests, die eben alle Ressourcen abfragen, um die Webseite gänzlich zu laden. die Unterstützung der und die Webseite gänzliche zu nutzen. Vielen Dank.